Hallo und Willkommen in Guild Wars Als ich eben versucht habe aufzunehmen hab ich kurz nochmal nach meiner Musik geschaut ob auch die richtige Lautstärke und alles drin ist war aber schon im Spiel eingeloggt und bin dann gestorben Ihr seht jetzt auch den Mauszeiger endlich mal das war bei Fraps nämlich ausgestellt Ich war hier unten in dem Waypoint und da war ein Event dass dieser Waypoint eben angegriffen wird und das hat mich dann eben umgebracht weil ich halt kurz nicht im Spiel war und ja, die boxen einen dann ziemlich fix rum Ja, den Mauszeiger wie gesagt seht ihr jetzt endlich mal, das tut mir wirklich unheimlich leid, dass mir das erst nach 15 Episoden aufgefallen ist Das hätte nicht passieren dürfen Das ist auch nicht passiert Ihr habt das nie gesehen Tja, ne? Nie gesehen. Im Hintergrund gerade Smells Like Teen Spirit von Nirvana Und jetzt kann ich euch endlich auch mal hier auf der Karte zeigen so, ne? Ziemlich geil Ich hab da wirklich überhaupt nicht dran gedacht dass diese Option überhaupt noch an sein könnte Ja, das ist mir wirklich überhaupt nicht aufgefallen Aber, ich mein Wer, wer rechnet auch schon damit, dass diese Option noch an ist? Äh, von daher Ja, tut mir wirklich sorry Äh, dass die ganzen Zeiten wo ich auf der Map was gezeigt habe nicht funktioniert haben Äh, ja So schnell kann's gehen Solltet ihr euch überlegen auch mal so ein ähnliches Lesbay zu machen Denkt an die Option zum Mauszeiger ausblenden Das ist unheimlich wichtig dass ihr die Äh, äh, quasi ausstellt Die ist nämlich standardmäßig an Und das passiert einem halt ziemlich fix Wenn, ja Oh nein Das ist, ist ein Das ist die Ich blamiere mich hier doch bestimmt gleich Ich kenn, ich kenn die Und ich weiß, dass ich mich hier gleich bei mir Ähm Crystal Profiles Äh, ja Zwölf Units lang Fünf Wides Perimeter Value miscalculated Okay, das müsste eigentlich Zwölf mal fünf sein, hm? Error Calculation incorrect Äh, ich sag ja Ich blamiere mich hier Und das, äh, wird auch noch so weitergehen Äh Sechs Acht Dreißig Äh Fünfzig Ja, das war nämlich eine Reihe von Oh Nein, die lassen wir einfach Das war eine Reihe von, ähm Plus zwölf immer Density increased Bei 125 Units Das ist Neun Drei Vier Neun Neun Vier Hä? Das kann eigentlich nicht sein Density increased Alter Müsste 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 eigentlich Neun Vier 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 Drei Nächste Nächste 3 ist ... Moment, ist das kleiner oder ist das größer? Das müsste größer sein, äh, kleiner sein. 6,15 ist näher an der 2 dran. So, 1,1 durch 2. 5 durch 12 ist auch richtig, man muss 1 sein. Ja, haha, bin ich nicht intelligent. Da ist jetzt doch schon der Ewa, da müssen wir mal ganz schnell umhauen. Bevor der uns noch hier beim Denken stört und ich mich noch mehr blamiere, als ich sowieso schon getan habe. Ja, und sowas studiert Informatik, ne? Ach, jetzt kann ich den gar nicht hier, okay, kann ich den nicht mehr benutzen. Äh, den kann ich benutzen. Äh, okay, 2.250, äh, 4.200, 100, Average Crystal ist 170 Units. Okay, überschlagen wir mal kurz, wenn es 200 wären. Dann wären das 20, 21. So, dann müssen wir... 22 kommt nicht hin. Denk ich mal, müssen 25 sein. Ja, muhaha. Seht ihr mal, so leicht kann es gehen, wenn man halt mal überschlagen kann. Äh, wo geht es denn weiter? Hier gibt es noch irgendwo weitere. Aber jetzt kann ich es dir wieder machen. Okay, was willst du? 25, äh, was? Successful I'm in Cycle 1. 25, 600, Cycle 2, 31. Äh, das ist... Expedente 5% Increase. Also wir haben 7 dazubekommen. Äh, das ist 7 ist... 3... 32% Muhaha! So langsam, so langsam geht's. Okay. Crystal Structure, Alpha, 3 Units Long, 7, 2, Crystal Structure, Gamera, 6, 0. Gamera's Area Relative to Alpha, Gamera's Area is less. Ähm... Die müssten equal sein. Nein, gut, da nicht. Äh, ich bin gerade nicht so gut im Denken. Aber, äh, ihr seht ja jetzt hier unten hier an, die Uhrzeit und, äh, kann ich schon mal versehen. Äh, Crystal 1 wiegt 7 und 2 Units. Äh, ich bin gerade nicht so gut im Denken. Äh, ich bin gerade nicht so gut im Denken. Seriously. So, hier müsste es aber irgendwo noch, noch, noch weitergehen. Hier müsste irgendwo noch... Huch. Hier kann man die Crystal Loads noch abbauen, aber... Äh, ich finde nie den NPC, dem ich die geben muss. Und das ist immer ein bisschen suboptimal. Aber ich meine, hier geht es noch weiter. Hier gibt es doch irgendwo noch... Ähm... Noch mehr, wo man, äh... Oh, habe ich den schon? Den hatte ich, glaube ich, schon. Den will ich nicht gar dann. Aus! Ja, danke. Äh... Ich kann jetzt gerade nicht denken. Ich muss ja erstmal die Schweine... ...töten. Äh... Ja, ich bin gerade unheimlich still. So ein bisschen. Äh, ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, wo wir jetzt als nächstes... Aua! Hingehen. Äh, da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten. Und wir schauen einfach mal. Da ist ein freundlicher Mensch. Slash Wave. Ich finde es halt blöd, dass die nicht den Namen und sowas einbauen. So von wegen, ja, Waves at. Das wäre halt schöner. Wenn den schon im Ziel hat, das wäre schon cool. Man kann ja nicht alles haben. Weil man... Hier geht es doch lang. Hier hoch geht es doch weiter. Haha. Bin ich nicht intelligent? Ich weiß, ich bin nicht intelligent. Aber, äh, hier sind wir richtig. Das habe ich gesucht. Und, äh, hier fehlt auch nicht mehr so viel für die Quest. Deshalb. Was willst du? Crystal Density 2.99. Warning. Crystal Density reduced by 5%. 5%. Bei 1 wäre 1%. 0,01. Das heißt, bei 1 ist 1%. Wir sind 5% 0,05. Das mal 3 sind 0,15. Und da ist nur das hier. Juhu. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Und jetzt der letzte. Hoffentlich der letzte. 236. Da check ich irgendwie nicht, was die wollen wir wollen. Crystal Lattice. Crystal Lattice. Refractive Angle 32 degrees. Crystal Bisection underway. Ich glaube, die wollten den halben Winkel haben. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Ja. Ähm, okay. Die beiden Punkte. Holen wir erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier runter. Und schauen dann mal, ob die Türen für die Skritt-Festung da offen sind. Beziehungsweise, ob das Event da am Start ist. Und wieder Nickelback im Hintergrund. Ja, ich habe wieder nicht drauf geachtet, wenn ich angefangen habe. Äh, ich kann nochmal schauen. 29. Das heißt, ungefähr 12 Minuten oder so bin ich schon dran. Power, sag mir das so gar nicht zu. Ne, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So. Jetzt wollen wir hier runter. Und dann den Skillpoint und das Vista mitnehmen. Damit, wenn wir Level 30 sind. Ah, das wird eng. Wir brauchen noch einen Skillpoint. Dann klappt das alles. Ähm. Ja, jetzt kommt, glaube ich, der Sprinter. Sure, I'll catch the bugger. Na, komm. Jetzt fängt er noch an, mit mir zu kämpfen, der was sagt. Aber er ist immer noch, äh, okay, nicht unbedingt vergiftet, aber. Ja, warum schie... Ich habe doch gerade noch den Skill gedrückt. Okay, äh, das geht mir gerade ein bisschen sehr auf die Nerven. Ja, ist ja schön und gut, Mann. Obstructed. Es bleibt ja wenigstens erst mal im Kampf. Nein, das wollte ich jetzt nicht, aber es hat, äh, fast funktioniert. Ich muss jetzt nur mal an ihn rankommen. Und ihn zumindest vergiften. Und ich habe ihn natürlich nicht getroffen. Jetzt ist er auch noch geblendet. Nein, ich hatte ihn doch fast. Ha. So geht das. Genau so. Ähm, wo ist jetzt hier das, das Erz? Silber? Wo bist du? Hier? Da hinten. Spinni, 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 Spinni. Und stirb. Ja, das Vista ist hier oben auf dem Berg. Äh, das ist, glaube ich, eins von den Tricky Vistas. Ähm, da weiß ich auch nie so recht, wie ich da hochkommen soll. Äh, ich tue einfach mal das, was ich immer tue. Improvisieren. Wo kommt die Spinni auf einmal her? Manchmal kann man hier... Äh, ich glaube, da muss man hier außen rum. Ähm, gerade im Hintergrund Ensi Ferrum, The Wanderer. Ja, schönes Lied, äh, gefällt mir gut. Das ist in meiner Playlist. Und ich glaube... Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich hin muss. Äh, hier, hier durch. Hier geht's hier irgendwie hoch. Oder so. Äh. Ihr seht es, das ist schon etwas, äh, trickier. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich... Äh, wie ich da hochkomme an das Ding. Kannst vergessen. Ist hier noch irgendwo ein... Ah, okay. Hier geht es hoch. So. Hahaha. Gefunden. Gefunden. So einfach kann es gehen. Da oben ist eine Cliff Bad. Ja. Weiter geht's. Ähm. Ich muss nochmal gerade schauen. Hier haben wir soweit alles. Ja, hier ist soweit alles geschafft. Fehlen noch diese beiden Punkte. Da werden wir wahrscheinlich einfach mal eine größere Runde gehen müssen. Und ich glaube, hier ist auch schon die Linie. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch hier dieser Mittel-Doppen. Und hier unten dieser Doppen. Und dann sind wir durch. Dann können wir mit der Story Quest weitermachen. Äh, Inquest. Ich dachte, hier geht's weiter. Klasse, hier geht's gar nicht weiter. Das ist ja geil. Das Able mir das Ding einfach mal. Wir scheinen ja irgendwie keinen Schaden zu machen. Und... Ja, dann können wir da gar nicht durch. Müssen wir außen rum gehen. Super. Mounts wären irgendwie so ab und zu mal ganz schön. Dann könnte man so ein bisschen schneller laufen. Aber wir haben ja schon hier einen 25% Movement Speed Buff. Äh, den hat übrigens auch nicht jede Klasse. Leider. Aber wir sind ja auch nicht jede Klasse, ne? Da muss ich ja schon hier mit, äh... Diebischen Intentionen rechnen. Äh, bei der Klasse. Und da lohnt es sich natürlich, wenn man extrem schnell wegrennen kann. Wenn man denn mal entdeckt wird. Wenn man zum Beispiel, äh, gerade jemanden die Geldbörse mobs, dann ist es vielleicht besser, wenn man nicht unbedingt gerade entdeckt wird dabei. Oder wenn man entdeckt wird, dass man dann schnell genug wegrennen kann. Ja, ich, äh, frage mich gerade, wo ich, wo ich so genau drüber reden soll. Also, der, äh, Kumpel von mir, der Micha, ja, der hat unter mein erstes Video mal drunter gepostet, ob er im Server eher spielt. Nämlich Riverside. Invulnerable. Das ist ja nun nicht sehr nett. Und, äh, ja, man, wie gesagt, man kann ein Guildforce halt guesten. Also er könnte theoretisch auf meinem Server auch, ähm, mit mir zusammen spielen. Das wäre, äh, überhaupt kein Problem. Und das werden wir vielleicht auch, äh, irgendwann mal tun in Zukunft. Das, äh, weiß ich halt noch nicht. Kommt halt drauf an, wie er Bock hat. Also von mir aus gerne. Ich bin gerne zu, äh, Multiplayer-Shunt-Taten bereit. Was hatte ich gesagt? 29 hatte ich gesagt. Äh, dann habe ich noch eine Viertelstunde knapp. Ja, und, äh, so, 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 so ist das. Jungens und Mädchens. Und Jungens. Und noch mehr Jungens. Wahrscheinlich eher mehr Jungens und noch mehr Jungens. Ich würde überraschen, wenn überhaupt mal ein Mädchens dabei ist. Wenn ich schon Fans habe, aber ich weiß gar nicht, ob ich Fans habe. Habe ich Fans? Fans ruft mal ganz laut. Hier! Und, äh, schickt mir alle eure Ersparnisse. Dann könnt ihr die Limited Edition handsignierte, äh, Let's Play Datei runterladen. Kostet nur 12,95. Ist ganz billig. Ist doch überhaupt kein, äh, keine Verarsche oder Abzocke. Nee, gar nicht. Das ist alles, alles vollkommen legal und, und, äh, das ist auch vollkommen wert. Das ist ein Einzelstück. Äh, das ist, äh, nicht, nicht so kopierbar oder so. Es ist, äh, nur weil es in digitaler Form vorliegt, heißt es nicht, dass es kopierbar ist. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Und ich, ich laber unheim, ich laber eine unheimliche Scheiße gerade. Das gibt's einfach nicht. Irgendjemand muss mich ab und zu mal stoppen, wenn ich sowas mache. Normal habe ich immer jemanden, der mich dabei stoppt, aber im Let's Play bin ich halt meistens alleine und dann stoppt mich halt niemand. Und dann kommen halt so Sachen bei raus und so Gespräche bei raus. Und das ist manchmal ganz lustig. Ja, äh, das ist der Andreas. Und ja, ich denke an die Kekse. Ja, Andreas, tue ich. Ja, jetzt sagt mein Handy auch gerade, oh, ich hab bei Steam was. Und ich hab nämlich vergessen, mich auf meinem Handy von Steam abzumelden. Äh, das müsste ich gleich mal tun, sobald ich hier in der Aufnahmepause bin. Und hab schon wieder vergessen, mein, äh, Buff-Food reinzupfeifen. Äh, das ist schon, schon so ein bisschen peinlich mittlerweile. Und ich das nämlich nie mache. So, ich muss nur mal... Zeitlich passt. Backen. Äh, das sind Kekse für eine Freundin von mir, die zufällig auch in meinem technischen Formatik-Torium sitzt. Und, äh, die hat sich... Also, die hat jetzt am Freitag Geburtstag, wir sind aber eben noch Ferien. Deshalb, äh, hat sie sich von mir gewünscht, äh, dass sie, äh, dann zum nächsten Tutorium eben von mir gebackene Plätzchen mitgebracht bekommt. Äh... Ich will die im Tutorium kriegen. Und, äh, deshalb... Äh, was wollte ich jetzt sagen? Deshalb backe ich ihr Plätzchen, weil sie Geburtstag hat und sie hat sich das gewünscht. Und weil ich sie eben am Freitag nicht sehe, ähm... Ja, wird das eben im Tutorium dann überreicht. Und, äh, gibt es hier irgendwas für mich? Cracked Golem Eye. Nicht wirklich. Nichts für mich dabei gewesen. Schade, schade, schade. Ja, aber hier haben wir... Äh, eigentlich auch keine Herzquests mehr zu tun. Äh, wir können jetzt hier noch das Ding holen. Den Punkt holen und dann müssen wir eigentlich schon da hoch. Äh, jetzt im Hintergrund Sabaton. Mit... Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Lied heißt. Das wird langsam richtig peinlich mit meiner Wiedergabelüste, wenn ich nicht weiß, wie die Lieder heißen. Ach nee, hier unten ist noch eine Herzquest, glaube ich. Ja, die ist auch recht... recht blöde. Huch, ich möchte zoomen und... Nee, gut. Ja, der, der, wenn man mit dem Mausrad zoomen möchte, geht er manchmal auf die Layer und... Da muss ich... Weiß auch nicht. Ist egal. Nicht wild. So, das Vista ist hier direkt um die Ecke. Ähm, zumindest glaube ich das. Da ist es hier vorne an einem anderen Balkon drin. Ja, ist hier an einem anderen Balkon drin. Diese Häuser sehen sehr spitz aus. Man kann aber einfach hochlaufen. Die tun einem nichts. Die wollen nur spielen. Ähm, ja. Bei diesen Asura-Häusern kann man immer hochlaufen. Warum ich die Asura übrigens nicht mag... Äh, ja. Ich meine, schaut sie euch doch einfach mal an. Die, die sind so... Die passen so überhaupt nicht in das Spiel rein. Korses Blindness. Ist er jetzt blau? Nee, irgendwie ist er nicht blau. Jetzt blau? Nö, irgendwie ist er nicht blau. Jetzt blau? Nee. Okay, ich glaube, der darf mich einfach noch nicht bemerken. Zack. Nee, der ist auch nicht blau. Ich weiß auch ehrlich, ich weiß gar nicht so genau, ähm, wie das bestimmt wird. Vor... Collect use samples for trauma. Fight any increase spying in the area. Äh, ja. Ja, gut. Ich hasse eben diese Quest, weil ich es nie genau weiß. Nö, auch nicht. Ich weiß nicht, dürfen die mich nicht bemerken, oder was geht hier ab? So, den habe ich jetzt. Den habe ich jetzt. Ach, das hat noch cooldown. Hier ist noch ein Activate-Ding. Zack. Ähm, ja, das dauert mir eigentlich recht etwas zu lange, muss ich sagen. Deshalb schauen wir einfach mal hier nach. Äh, boost sample, okay. Da werden wir einfach mal hier die... Komm. Ach jo. Jetzt sind sie... What? What the fuck? Was war das denn jetzt? Äh. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ball of Ooze. Okay, hier haben wir noch eine Ooze-Sample. Okay. Ooze-Puddle. Die müssen wir jetzt auch noch auf... Äh, nee. Sind jetzt beide Agro. Die sind beide Agro. Die wäden einfach so, die Bastarde. Das ist ja nun nicht nett. Ups. Das war... Äh, ungeplant, leider. Aber... Äh, es hat ihn auch nicht sonderlich gestört. Komm, nimm den Ball of Ooze. Insert Ooze-Sample. Nimm den Ball of Ooze. Insert Ooze-Sample. Das geht irgendwie auch nicht so schnell, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, schneller als die... Die... Die Typen da blau anzumalen. Inactive... Aetheric Observer. Ey, komm schon. Zack. So, schön evaded. Den können wir noch anmachen. Und... O Nü. Gehen wir das Ding auch noch? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Fortschritt-Balken, der wächst irgendwie, äh... Kaum. So. Ja, die Quest ist ein bisschen langweiliger Äh, Moment, was war das? Äh, Hearts on Fire von Hammerfall Hammerfall ist das Das, äh, ja Hearts on Fire, Hearts on Fire Burning with Desire Ja, die Quest ist irgendwie sehr monoton und sehr langweilig, hab ich's Gefühl Also ihr seht, es ist nicht alles Gold, was glänzt Ähm Deshalb, also das Spiel hat halt auch sehr monotone, langweilige Quests Die sind nicht alle, äh, so, so hype mäßig, also halbverdächtig Jetzt ist der auch noch evil geworden, daneben Huch Das wollt ihr jetzt eigentlich nicht, aber egal Das ist der letzte Äh, den wir noch benötigen Und dann sind wir auch mit der Quest fertig Und jetzt geht es hier Richtung Großer, letzter Fleck, den wir noch brauchen Nachdem wir erstmal unser Geld mitgenommen haben Geld Ja Komm, komm, hör auf du Kröte Ich weiß mich eh nicht Ähm, ja Ach, das ist schon wieder Komm Ich will hier Ach, gute Güte Ja Äh, sind die Tore, ist das Tor hier offen? Ich glaub, ja, das Ne, die sind alle geschlossen Die Tunnel Gates Schauen wir halt trotzdem mal Ich glaube, die Gates sind eigentlich Äh, nicht für die Eingänge gedacht Sondern Für andere Eingänge Ich sag jetzt mal andere Eingänge Also das seht ihr wahrscheinlich gleich Skridsburg Skridsburg Center is locked Secure the Gates in East End, Hillstair and Tunnels No, I don't want to Ja, das ist auch wieder so eine Unheimlich spannende Sammel was Bring es mir Und töte Gedöns Ja, komm, lass mich in Ruhe So, komm Den beleben wir mal wieder Und wollen natürlich in Richtung Vista So, das Vista ist da oben auf dem Ding Ich glaube nicht, dass Nein, die lassen Anni natürlich nicht hochlaufen Das heißt, wir müssen hier rüber, da hoch Du wreckst dich nicht Du wreckst dich nicht Du wreckst dich nicht Brav So, jetzt können wir den nämlich auch noch wieder beleben Okay, das ist ein etwas anderes Musikstück Das auch normalerweise, also normalerweise höre ich sowas überhaupt nicht, aber das ist ein Sonderfall Das ist nämlich Rogue Traders mit Voodoo Child Und kommt aus Doctor Who Beziehungsweise wurde, also kommt nicht ursprünglich daher natürlich Aber es wird da in einem sehr epischen, genialen Zusammenhang verwendet Und dadurch bin ich eben auch auf dieses Lied aufmerksam geworden Und weil ich so ein ultimativer Doctor Who-Fan bin Was euch natürlich noch gar nicht aufgefallen ist Ähm Habe ich mir dieses Lied eben organisiert Also bei Amazon gekauft Und deshalb, ja Habe ich es jetzt eben Ich weiß, das klingt so ein bisschen logisch, ne? Wenn man sich Lieder kauft, hat man ihn im Normalfall auch Zumindest in den meisten Äh Jetzt werde ich fast wieder nach unten ausgewichen Das passiert auch im Arm und so, wenn man auf seinen Ausweichknopf drückt Und man aus Versehen nach unten fliegt Das ist nicht so schön Habe ich die Ach ne, ich bin außerhalb der Reichweite von der Herzquist gewesen Ach komm schon Ich kann doch noch dreimal über dich drüber springen Kein Problem Veteran Ach komm, was kann der uns schon großartig tun Außer vielleicht das da Äh, wo kam jetzt auf einmal der Confusion-Skill her Das war ich glaube ich nicht Das kann ich mich nicht daran erinnern Hat es Ich glaube es hat für die Herzquist gar nichts gebracht, aber gut Dafür sind wir jetzt hier beim Vista Tada Und hier sind die Tore eben zu Das heißt wir können glaube ich Closed, closed, closed Das heißt wir können da gar nicht hin Ja, das ist super optimal Jump mal ein bisschen Tanz So kann ich dem Typen jetzt irgendwas abgeben Von dem Scrap, den ich eben eingesammelt habe Ja, kann ich Und Herzquest fertig Weiter geht's Richtung Waypoint Weil Waypoints sind Toll Und dann müsste ich eigentlich glaube ich sogar die Quests machen Um die Tore aufzumachen Da habe ich irgendwie kein Bock zu Muss ich ehrlich sagen Aber ich habe auch schon wieder überzogen Fällt mir gerade auf Äh, wir machen an der Stelle einfach Schluss Und sehen uns in der nächsten Episode Macht es gut Tschüss Tschüss Tschüss